Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute das langersehnte Live-Update für euch. Ich habe euch bestimmt vor ein, zwei Monaten auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen für mich habt, was meinen weiteren Lebensweg betrifft oder generell Fragen einfach zu meinem Leben. Und alle, die mich auf Social Media verfolgen oder andere YouTube-Videos von mir kennen, die wissen, dass ich gerade meine Bachelor beendet habe. Und dass jetzt natürlich ein neuer Lebensabschnitt für mich bevorsteht. Und ich wollte euch dann natürlich updaten, was gerade so mein Gedankengang ist. Generell, wie ich mich dazu entschieden habe, wie ich weitermache und generell einfach ein kleines cozy Catch-up machen. Ich wollte das Ganze mit ein bisschen besserer Qualität aufnehmen. Das heißt, ihr könnt die ganze Folge auch so ein bisschen als Podcast-Folge anhören. Ich habe mir die ganzen Fragen notiert und werde die einfach nach und nach mit euch abarbeiten. Und ja, ich würde sagen, holt euch irgendwas zum Trinken oder was zum Essen, lehnt euch zurück. Und dann würde ich sagen, lege ich los. Ich fange mal so ein bisschen mit den Basic-Fragen an und arbeite mich dann so ein bisschen Richtung, was ich jetzt überhaupt machen werde. Ich habe auch letztens ein Video hochgeladen. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das gerne an. Da habe ich euch auch so ein bisschen erklärt, was ich jetzt so vorhabe, beziehungsweise was gerade so meine Gedanken sind. Die erste Frage ist, wie war dein Studium für dich und wie lange hast du gebraucht? Also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert hier in Innsbruck. Und wie das Studium für mich war, ich habe im März 2020 mit meinem Studium angefangen. Das heißt, ich hatte eine Woche, in der ich Präsenz studiert habe. Dann kam der Lockdown. Das war dann natürlich ein Schock für mich und für alle anderen auch. Aber ich habe mir mein Studium anders vorgestellt. Ich habe mir vorgestellt, dass ich viel mehr Menschen kennenlerne, dass ich viel mehr soziale Kontakte habe, dass ich komplett eine neue Freundesgruppe aufbaue. Generell einfach, dass ich so... Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, aber ich glaube, ihr auch, weil ihr auch in der Zeit angefangen habt zu studieren. Ich habe quasi in den ersten vier Semestern so gut wie niemanden kennengelernt. Klar, hin und wieder so Gruppenarbeiten, aber das war alles nur online. Also wir haben uns höchstens über Zoom gesehen. Und damals war ja auch die krasse Ausgangssperre. Das heißt, das war super schwer für mich, da Kontakte aufzubauen. Und ich habe mich sehr oft sehr alleine in meinem Studium gefühlt. Ich finde nämlich, jetzt, da ich zwei Semester Präsenzstudium hatte, weiß ich, wie nice das sein kann, wenn man wirklich jemanden hat, mit dem man lernen kann, mit dem man sich austauschen kann, den man um Rat fragen kann. Das ist so viel wert. Und ich habe mich damals irgendwie so richtig alleine durchs Studium gekämpft. Natürlich hatte es auch ein paar Vorteile. Also das Online-Studium hatte Vorteile. Ich habe viel mehr Zeit gehabt für meinen YouTube-Kanal. Ich habe super viel Zeit für andere Sachen gehabt. Aber im Großen und Ganzen habe ich mir das Ganze anders vorgestellt. Trotzdem muss ich sagen, war mein Studium für mich sehr gut. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel gelernt. Auch weil ich noch nie irgendwas mit Wirtschaft zu tun hatte. Meine Schule war eine rein naturwissenschaftliche Schule. Ich hatte gar nichts mit Wirtschaft zu tun. Deswegen war das super interessant für mich. Ich habe sehr viel gelernt. Und ich habe sechs Semester gebraucht für mein Studium. Und ja, das war es eigentlich mit der Frage. Wie bist du auf dein Bachelor-Arbeitsthema gekommen? Ich habe dieses Semester meine Bachelor-Arbeit geschrieben. Und zwar, ich habe das in Unternehmensführung geschrieben. Und das Thema war New Work. Also der Oberbegriff war New Work. Das habe ich vorgegeben bekommen. Also wir hatten so, ich glaube, insgesamt zwölf Themen zur Auswahl mit so einem Oberbegriff. Und man konnte da so Präferenzen setzen, welches Thema man am liebsten hätte. Und New Work war mein Lieblingsthema. Und ich habe das bekommen. Ich habe mich richtig gefreut, weil ich das super interessant finde. Und meine Forschungsfrage war, inwieweit beeinflusst New Work die Arbeitsproduktivität und Zufriedenheit der deutschsprachigen Bevölkerung? Und ich habe da auch einen Fragebogen erstellt. Und ich fand das Thema total interessant. Und wie ich darauf gekommen bin, war, dass ich einmal eine quantitative Forschung machen möchte. Das bedeutet mit einem Fragebogen. Und da ist es super gut, wenn man irgendwie in der Fragestellung drin hat, inwieweit beeinflusst das eine das andere, so dass man das mit einem Fragebogen irgendwie herausfinden kann. Ich habe da ein bisschen herumprobiert. Habe mich auch so ein bisschen durch andere Studien durchgelesen und bin dann schlussendlich auf das Thema gekommen. Habe da auch mit meinem Betreuer gesprochen. Also genau so bin ich da drauf gekommen. Aber den Überbegriff New Work habe ich quasi zugeteilt bekommen, worüber ich sehr froh war, weil ich fände das mega nice. Hattest du schon mal Zweifel während deinem abgeschlossenen Studium? Für alle, die mich kennen, wissen, dass ich mein Studium gewechselt habe. Also ich habe damals Chemie studiert, habe dann gewechselt zu Wirtschaftswissenschaften. Aber die Frage bezieht sich jetzt auf dieses Studium, ob ich da schon mal Zweifel hatte. Ich muss mal kurz überlegen. Ich wusste eigentlich von Anfang an, dass ich das durchziehen möchte, auch wenn ich keinen Plan hatte, was auf mich zukommt. Aber ich wusste quasi, was ich mit dem Studium erreichen möchte. Ich wollte das Studium beginnen, weil ich mich einfach in dem Bereich Wirtschaft auskennen wollte. Das war mein Ziel. Und deswegen habe ich eigentlich nie darüber nachgedacht, ob ich aufhören möchte mit dem Studium oder ob mir das nicht gefällt. Im letzten Semester hatte ich unfassbares Struggle mit einer Prüfung. Ich bin einfach zweimal durch eine Prüfung durchgefallen. Und ich muss sagen, da habe ich an schon sehr viel gezweifelt. Da habe ich vor allem an mir und an meinen Fähigkeiten total gezweifelt. Aber ich habe jetzt nie überlegt, das Studium abzubrechen. Ich kann mich erinnern an einem Satz, als ich die Note bekommen habe, dass ich wieder durchgefallen bin, meinte ich zu Jakob, das war, also ihr müsst euch vorstellen, das ist die letzte Prüfung von meinem Studium gewesen. Ich meinte zu Jakob so, eigentlich brauche ich doch gar keinen Bachelor. Ich komme so auch ganz gut zurecht. Natürlich war das nicht ernst gemeint, aber ich glaube, da hatte ich schon ganz kurz im Kopf so, was ist, wenn ich es einfach lasse. Aber nie ernsthaft. Also das war nur in meiner Verzweiflung raus. Also würde ich mal sagen, nein, ich hatte eigentlich in dem Studium, hatte ich keine Zweifel. Dann eine bisschen persönlichere Frage, beziehungsweise so ein bisschen zu meiner Mental Health. Wie sieht es mit dir gerade mit dem Overthinking aus? Wie kommst du aus der Spirale raus? Dieses Jahr, das hat so angefangen im Dezember, würde ich mal sagen, da hatte ich die Prüfung geschrieben. Ich glaube, das war so ein bisschen der Startschuss. Am 16. Dezember habe ich die erste Klausur geschrieben. Das war Öko, für alle, die in Innsbruck studieren. Die Prüfung ist nicht ohne. Ich habe da Öko geschrieben und gleichzeitig auch meine Bachelorarbeit geschrieben. Und ich habe meine Bachelorarbeit so ein bisschen aufgeschoben, weil ich unbedingt Öko bestehen wollte. Also ich wusste damals schon, dass die Prüfung echt nicht ohne ist und dass jeder meinte, man muss richtig reinhauen. Das habe ich auch gemacht. Habe dann die Prüfung geschrieben und dachte mir, ja, ich kann danach richtig mit meiner Bachelorarbeit durchstarten. Ich habe dann aber die Prüfung nicht bestanden und bin dann ganz, ganz tief in ein kleines Verzweiflungsloch gefallen. Musste dann aber richtig Vollgas geben, weil ich hatte noch einen Monat Zeit bis zur Abgabe meiner Bachelorarbeit. Das heißt, ich habe durchgezogen. Ab dem 17. Dezember habe ich wirklich durchgezogen. Ich habe an einem Tag sogar mal 15 Seiten geschrieben. Also wirklich von morgens bis abends bin ich da gesessen und habe meine Bachelorarbeit geschrieben. Und das hat mich total ausgebrannt. Also das hat mich irgendwie, dieser Marathon von einem Monat Bachelorarbeit und dann noch irgendwie dieses Tief mit der Prüfung, hat mich irgendwie total ausgebrannt. Und dann habe ich noch nebenbei halt YouTube gemacht. Zweimal die Woche YouTube-Videos online gestellt, einmal die Woche Podcast online gestellt, Daily-Instagram-Stories, Kooperationen und so. Das ist ja auch nicht ohne. Und die Zeit hat mich irgendwie echt, also das hängt mir irgendwie bis jetzt noch nach. Ich habe dann auch im Februar versucht, den zweiten Antritt zu schreiben. Die Bachelorarbeit habe ich in der Zeit geschafft, war dann auch mega, mega happy. Und habe dann im Februar die Prüfung wieder nicht bestanden. Und dann bin ich nochmal in so ein Loch gefallen und dachte mir so, ich habe wirklich an allem gezweifelt. Und da hat das auch so angefangen mit diesem Overthinking und das mit dem, dass ich in so einer Spirale reingedacht habe. Ich habe negative Gedanken gehabt. Ich habe mich immer reingedacht in so einen negativen Gedankenstrudel. Und das hat super viel ausgelöst, diese Zeit, diese stressige Zeit. Es ist auch irgendwie voll viel von früher hochgekommen. So Gedanken, die ich immer verdrängt habe und die ich nie so verarbeitet habe. Und ich habe so das Gefühl, dass dieses Jahr so das Jahr für mich ist, wo alles von früher hochkommt, wo alle verdrängten Gefühle und Gedanken von mir so ein bisschen verarbeitet werden. Und ich versuche mir einfach, den Raum und Zeit dafür zu geben. Und ich habe jetzt so ein bisschen mehr gelernt, wie ich damit umgehe, wenn ich so in einer negativen Gedanken-Bubble bin. Das mit dem Overthinking ist nicht weg. Das ist immer noch da. Gerade gestern hatte ich wieder so einen Tag, wo ich so ein bisschen mit dem Ganzen gestruggelt habe. Es ist wie mit allem im Leben, ist es ein Auf und Ab und ist einfach so eine Journey. Aber wenn man sich klar macht, wie man sich selber helfen kann, indem man sein Handy weglegt, wirklich nicht auf Social Media scroll. Das ist bei mir voll ausschlaggebend, dass ich dann Dinge mache, wie zum Beispiel lesen. Ich habe gestern den ganzen Abend gelesen. Ich lese gerade die Sieben-Schwestern-Reihe. Bin gerade im ersten Buch und habe gestern wirklich, ich glaube, drei Stunden am Abend das Buch gelesen. Und das tut mir wirklich richtig gut, einfach Dinge für sich herauszufinden, was einen gut tun. Für mich ist es auch Sport, wenn ich tanzen gehe oder wenn ich ins Fitnessstudio gehe. Oder wie kommst du aus der Spirale raus, ist die Frage gewesen. Das ist einfach, indem ich meine Gedanken stoppe, aktiv stoppe, wenn man merkt, man ist in so einem negativen Gedankenstrudel drin, einfach zu sagen, stopp, denk jetzt nicht weiter. Also wirklich so aktiv im Kopf so eine Schranke vorziehen. Ich sage mir dann immer, dass meine Gedanken nicht der Wahrheit entsprechen. Und ja, es ist nicht so einfach, weil wenn man das denkt, dann ist es ja für einen die Wahrheit. Aber es ist nicht die Wahrheit und es entspricht nicht den Tatsachen. Das versuche ich mir immer zu sagen. Nächste Frage. Bist du mental bereit für einen Master? Nein, ich bin mental aktuell nicht bereit für einen Master. Ich habe eben gemerkt, wie krass mich das dieses Semester ausgebrannt hat. Diesen Bachelor-Arbeitsmarathon, diese Klausuren, die ich immer wieder geschrieben habe. Und ich wollte die Zeit, das habe ich auch im letzten Video gesagt, ich wollte diese Zeit, die ich jetzt quasi bekommen habe, nach meinem Bachelor, die wollte ich rein für mich selber nutzen. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich nichts mache, weil im letzten Video in den Kommentaren haben ein paar geschrieben, dass sie das nicht könnten, jetzt nichts zu machen oder sich nicht leisten könnten, das jetzt nichts zu machen. Ich arbeite natürlich, also ich arbeite ja mit Social Media, das ist mehr Arbeit, als man immer denkt. Das mache ich natürlich weiter. Das ist auch was, was mir Spaß macht. Aber ich möchte meinen Bildungsweg stoppen. Ich möchte die Zeit jetzt in mich rein investieren. Ich möchte mich in verschiedensten Themen weiterbilden. Ich möchte auch kleine Ausbildungen machen und ich möchte auch in eine andere Stadt mal ziehen für einen Monat. Dann möchte ich Workshops machen. Ich möchte viel mehr mit Singen und Tanzen zu tun haben. Ich möchte aus meiner Komfortzone rausgehen. Also ich habe da ein paar Punkte, die ich gerne machen möchte. Und ich möchte dann den Master beginnen, wenn ich mental auch bereit dafür bin. Ich habe aktuell das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt einen Master beginnen würde, dass ich das nur mache, weil es von mir erwartet wird und weil es eben der normale Weg ist. Aber ich möchte einen Master beginnen, wenn ich einen Master beginnen möchte und wenn ich bereit dafür bin. Und wenn ich mich so richtig gefestigt in mir fühle. Und ich habe so das Gefühl, dass ich die Zeit richtig krass für mich brauche. Einfach so zum Runterkommen. Also einfach so nicht hustlen jeden Tag, nicht in To-Do's versinken, nicht von Deadline zu Deadline zu leben. Ich habe das Gefühl, ich brauche das jetzt ganz, ganz, ganz dringend. Und deswegen gebe ich mir die Zeit jetzt auch. Das heißt, mein jetziger Stand, was ich jetzt vorhabe, ist das, was ich euch gesagt habe, kleine Ausbildungen zu machen in verschiedenen Bereichen. Unter anderem Songwriting. Da kommt vielleicht noch ein bisschen was. Und Songcoaching und keine Ahnung was. Kleiner Funfact nämlich. Ich habe mir vor, ich glaube, vier Jahren meine Big Five for Life aufgeschrieben. Also meine fünf Dinge, die ich im Leben unbedingt erlebt, gesehen oder erreicht haben möchte. Und einer von meinen Big Five for Life ist, hat was mit Musik zu tun. Und das ist immer so ein Punkt gewesen, den habe ich aufgeschrieben, weil ich weiß, dass es so eine innere Leidenschaft von mir ist. Aber ich wusste oder ich habe mir immer so gedacht, das werde ich eh nie angehen, weil ich da nicht so viel Confidence in mir selber habe. Und das nie, also das ist so eine krasse Überwindung für mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn ich das irgendwie teile oder so. Oder ich weiß nicht wieso, das ist für mich total die Überwindung. Und ich habe so realisiert, dass ich das vielleicht dieses Jahr auch angehen möchte. So ein bisschen mehr. Und deswegen habe ich jetzt Zeit dafür und werde mich da auf jeden Fall weiterbilden. Also ihr merkt, ich mache jetzt nicht ein Jahr lang nichts, sondern ich mache einfach ein Jahr lang Dinge für mich selber oder auch Dinge, wo ich mich mega gerne weiterbilden möchte, aber nie während dem Studium die Zeit dafür gefunden habe. Übrigens, ich weiß, das sagen immer richtig viele in YouTube-Videos, aber sorry für die Lichtverhältnisse. Das Wetter im Moment ist so komisch. Mal ist es strahlend blauer, sonniger Himmel. Im nächsten Moment fängt es richtig an zu regnen. Total komisch, aber ich hoffe, dadurch, dass es ja so ein chilliges Sit-Down-Video ist, ist es nicht ganz so schlimm. Nächste Frage ist, welchen Beruf strebst du an? Was wäre dein Wunsch? Lustigerweise habe ich super viele Interessen. Also ich habe super viele Ideen. Ich liebe es, über Psychologie, Mindset, Persönlichkeit zu lernen und kann mir da auch total irgendwas vorstellen. Dann liebe ich es aber auch, Dinge zu designen und Dinge zu entwickeln. Ich habe ja einen kleinen Online-Shop, wo ich digitale Planner entworfen habe. Der hat dieses Jahr auch eine kleine Pause gemacht, einfach auch wegen meiner mentalen Gesundheit, weil ich das irgendwie gar nicht mehr geschafft habe. Aber ich liebe das auch total. Ich habe aktuell super viele Richtungen in meinem Kopf, deswegen habe ich mich auch noch nicht für einen Master entschieden. Ich habe auch mehrere Richtungen, in die ich gehen möchte. Ich weiß auch noch nicht, ob ich einen Fernmaster mache oder ob ich in eine andere Stadt ziehe und da dann den Master mache. Das hängt auch von mehreren Faktoren ab. Ich weiß auch nicht, wie es beim Jakob richtig weitergeht. Der ist auch gerade in so einem, ja, in so einem Gedankending drin. Das heißt, wir sind gerade beide in so einer Phase, wo alles passieren kann, wo wir überall auf der Welt landen könnten. Wir haben die verschiedensten Ideen, die verschiedensten Richtungen. und ich bin sehr gespannt, wo es hingeht für mich und auch, welchen Job ich dann schlussendlich mache oder in welche Richtung ich dann schlussendlich gehe. Ich hoffe einfach, dass ich einen Job habe oder dass ich das arbeite, wo ich mich so richtig wohl fühle, wo das mich jeden Tag erfüllt und was mich glücklich macht und womit ich auch so ein bisschen anderen helfen kann. Das ist so mein Ziel. Was machst du jetzt nach dem Bachelor? Habe ich eigentlich gerade beantwortet, die Zeit für mich selber nutzen? Genau, ich weiß nicht, wieso ich das nochmal aufgeschrieben habe. Ich glaube, ich wollte das davor gar nicht so richtig beantworten. Dann noch eine richtig intime Frage. Würdest du sagen, du liebst dich und deine Persönlichkeit? Für alle, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die wissen, dass ich schon ganz lange mit meiner Persönlichkeit gestruggelt habe, weil ich immer schon so ein bisschen ruhiger war, ein bisschen in mich gekehrter, so ein bisschen in meiner Schulzeit war ich oft so schüchtern und das hat mich echt richtig, richtig belastet, weil ich jeden beneidet habe, der extrovertiert war, der so richtig gut mit anderen sprechen konnte. Ich war nie diejenige, die sich so in den Mittelpunkt gedrängt hat und immer wenn ich im Mittelpunkt war, habe ich Panik bekommen. Ich habe die letzten Jahre sehr an mir gearbeitet, auch sehr an meinem Selbstbewusstsein, bin mir klar geworden, bin mir ein Stück weit klar geworden, wer ich bin und was mich ausmacht, was ich selber an mir mag und welche Eigenschaften ich an mir mag und ich habe realisiert, dass ich eigentlich die Eigenschaften an mir mag, die so ein bisschen mit dem Introvertiertsein einhergehen, also ich mag, oder die so ein bisschen damit einhergehen, dass ich ruhiger bin. Ich bin auch nicht immer ruhig, ich bin auch, ich würde sagen, ich bin ein extrovertierter Introvert, sagt man das, ambivertiert, ambi, 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 ihr wisst, was ich meine. Ich mag die Eigenschaften an mir, dass ich, dass ich es, ich mag die Eigenschaften an mir, dass ich jedem Menschen, der irgendwie mit mir zu tun hat, dass ich dem ein gutes Gefühl geben möchte, ich mag es, dass ich zu Menschen nett bin, dass ich Menschen gut behandle, ich kenne aber auch meine Grenzen und ich habe immer gedacht, dass ich anders sein muss, ich habe immer gedacht, dass ich härter sein muss und dass ich zu Menschen nicht so nett sein muss. Ich arbeite noch an einem People-Pleaser-Ding und dass ich öfter mal meinen Willen durchsetze, aber ich mag trotzdem, wie ich bin und ich mag mittlerweile auch total meine Persönlichkeit. Ich struggle hin und wieder damit, ich glaube, das ist auch normal, aber im Großen und Ganzen habe ich mich und meine Persönlichkeit so akzeptiert und bin froh, wie ich bin und ich bin auch, ja, ich mag mich so, wie ich bin. Genau. Ziele für die Auszeit? Meine Ziele, diese Frage habe ich mir übrigens selber aufgeschrieben, weil ihr wusstet damals noch nicht, dass ich jetzt eine Auszeit mache. Ziele für meine Auszeit ist, dass ich von dem Stress wegkomme, von dem permanenten inneren Stress, den ich gehabt habe. Also ich habe richtig Herzrasen gehabt diese Zeit lang. Ich bin aufgewacht mit Herzrasen, habe nicht einschlafen können, bin in der Nacht aufgewachen mit Herzrasen und ich habe mich so gefühlt, als würde ich nur noch meine Dinge erledigen, ohne wirklich zu leben und das ist so mein Ziel, dass ich wirklich runterkomme, durchatme, alles langsamer angehe, weil ich bin durch viele Dinge durchgehesselt und das möchte ich nicht. Ich möchte runterkommen. Ich möchte mich selber ausleben, klingt jetzt irgendwie lustig, damit meine ich einfach Singern und Tanzen, meine Leidenschaften, mich in verschiedenen Dingen weiterbilden, ich möchte neue Leute kennenlernen, ich möchte auch mal alleine leben, das hat irgendwie, ich glaube, das hat ein bisschen in einem anderen Video so ein bisschen geklungen, keine Ahnung, ein bisschen komisch geklungen, geklungen, damit habe ich aber nur gemeint, dass ich in einer anderen Stadt mal alleine leben möchte und auch mal so die Experience machen möchte, wie ist es alleine zu leben. Ich liebe es, mit Jakob zusammen zu leben, ich liebe es, mit ihm hier zu wohnen, aber ich habe das Gefühl, manchmal braucht man das, dass man auch mal mit sich selber alleine ist und das möchte ich machen. Also ich wollte im Herbst mal für eine Zeit nach Wien gehen und in Wien gibt es auch super, super viel Richtung Musik und da wollte ich das auf jeden Fall angehen. Das ist so der grobe Plan, genau das war es jetzt auch mit diesem sehr langen Q&A. Ich hoffe sehr, ihr habt irgendwas mitnehmen können, es war irgendwie interessant für euch. Vielen Dank auf jeden Fall für alle, die mich durch mein Studium durchbegleitet haben oder generell, die schon richtig lange dabei sind. Auch danke für die, die neu dabei sind und sich dafür entschieden haben, meinen Kanal zu abonnieren. Ich schätze das so sehr, also wirklich, ich schätze diese Community unfassbar, ich fühle mich so wohl, ich kann so offen sein mit euch und ihr seid einfach immer richtig toll in den Kommentaren und auch in den Nachrichten und so. Ich fühle mich einfach wie in so einer Safe Bubble auf Instagram, im Internet, ist eigentlich auch krass, aber ich bin einfach sehr, sehr, sehr dankbar für meine Community, freue mich einfach jedes Mal richtig über den Austausch. Ich wünsche euch noch eine super, super schöne Woche, hoffe euch geht's gut und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Bye! Tschüss.